so hallo leute und es geht wieder auf eine neue tour und es ist schön dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem kanal heute wieder aus siede geht es los wieder eine jeep tour und wir werden mal gucken was uns da erwartet es wird eine andere tour sein als die wir gemacht haben mit dem jeep und wie gesagt wir lassen uns überraschen was passiert und ihr seid mit dabei das ist doch wunderbar also seid gespannt was passiert wir wissen es auch nicht also geht's los so jetzt sind wir am treffpunkt angekommen da stehen die jeeps ja und jetzt sind wir mal gespannt zehn minuten warten bis alle hier sind und dann geht es los wir sind vorbereitet wasser ist auch schon in den jeeps zum nass spritzen wieder und jetzt gucken wir uns mal das schöne panorama von vorne an bevor es los geht ja Das war's. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt können wir mal unter Wasser aufmachen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So... 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 So...